Bethany Frankel ist ein heißer Feger. Der Reality-Star hat seine Sorgen hinter sich gelassen und glümmelt am Strand in Miami. Die 42-Jährige nimmt sich eine Pause vom Werben für ihr Buch und ihre neue TV-Show und zeigt ihren durchtrainierten Körper in einem roten Bikini. Mit ihrer Sonnenbrille sah die Mutter eines Kindes glücklich und zufrieden aus, obwohl sie gerade mitten in einer Schwerentscheidung von Jason Hoppy ist. Der ehemalige Real Housewives of New York Star sagte, sie mache eine schwere, schwere Zeit durch. Sie gab auch an, dass sie Übungen und Yoga macht, um den Stress zu mildern. Die Trainingseinheiten haben der Mutter geholfen, ihren umwerfenden Körper zu erhalten. Obwohl sie gerade eine harte Phase durchlebt, ist es Bethany gelungen, ihre Sorgen hinter sich zu lassen und Spaß zu haben. Sie sind mit Nimicum und zweitlingen sind mit ihreruliGE Also sind sie mit legislature anbelangt, umそうですね woher